Hallo. Ich hasse es, wenn meine Clips schlecht bewertet werden. Es ist nicht gerecht, wenn hundert Videos einen roten Balken bekommen. Das sollte nicht mehr vorkommen. Hallo. Ich liebe es, wenn meine Clips sind schlecht. Es ist nicht fair, wenn hundert Videos einen roten Balken bekommen. Das sollte nicht wieder passieren.